Im heutigen Video gehen wir an eine neue Reihe ran und zwar an Shotguns, denn ich persönlich bin sehr gespannt drauf, welche Shotgun am besten performen wird. Und wie soll es anders sein, fangen wir mit der früher auf jeden Fall besten Shotgun Destiny 2, da lasse ich nicht mit mir reden an. Und zwar Mind-Balance-Ambition oder Streben des Gedankendrehers. Ich habe hier vielleicht nicht den besten Roll, aber fragile Fokussierung, sprich ich kriege 20 Punkte Range, wenn ich nicht getroffen werde. Wusch, nicht der beste Perk, aber zum Nachladen, ihr wisst, ich liebe Nachladperks. Dazu noch Angriffsmagazin, Laufumwandlung, vielleicht nicht der beste Lauf, aber trotzdem relativ okay. Darüber reden wir nicht und Mastered Range ist mein Motto, nicht drauf ab. Das war früher auf jeden Fall die beste Shotgun im Game, hatte unglaubliche Perks und der jetzige Perkpool ist in meinen Augen relativ schlecht, muss ich leider sagen. Kombiniert wird das Ganze mit der AS Luna, das ist der Roll, den er hat und das ist ein verdammt nicer Roll. Also da habe ich schon Bock drauf. Plus Heavy wird wieder die andere Hälfte sein. Extra meiner Wahl natürlich Dünenwanderer. Und wie soll es anders sein, auf die guten alten Zeiten spiele ich wieder auf Arcus Stürmerteil. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie die Shotgun in-game ist, ob sie gut ist, schlecht ist, wie viel Range sie wirklich hat, vor allem mit fragiler Fokussierung. Ich habe richtig Bock drauf und ich hoffe ihr auch. Wenn euch das Video gefällt oder allgemein das, was ich hier auf meinem Kanal mache, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lassen könntet. Für euch ist es komplett gratis, es kostet euch hier rein gar nichts und mich unterstützt das extrem. Von daher, ich will nicht länger reden, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, let's go! Nein, dafür reicht es nicht. Ah, wir haben beide. Das war eine schöne Range vom ersten Shotgun mit der Shotgun. Ich muss irgendwie da rankommen. Einen haben wir. Zwei haben wir. Ruch hat nachgeladen, perfekt. Komm, ich habe mit der Shotgun nochmal rein. Drei haben wir. Wunderschön. Jetzt nachladen. Ah, da, 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 da bin ich raus. Ah, daneben, ah, daneben, ah! Ich will gerne die Special. Ich will sie gerne nachladen, die Special. Das ist ja nicht so schlimm. War der Bait. Alles gut, war geplant. Aber er kommt nicht vor. Let's go. Ich mag die Shotgun bis jetzt. Der Flinch von hinten, der Flinch von hinten. Invis. Invis Titan. Ah, kommt nicht vor. Das ist ja jetzt extern. Ah, die treffe ich nicht gut. Let's go. Gut, dass ihr auf Close Range gut killen werdet, war mir von Anfang an klar. Und das ist ein Trade-Wid übrigens auch, weil da zwei waren. Oh Gott, darüber rede ich nicht. Unter mir. Nein, das waren clean, zwei Shots. Komm doch zu. Blöde, cool. Nö, das will ich nicht mehr. Ah. Oh, oh mein Gott, ist die Leiche auf die Box. Verdammt. Was? Okay, den Trade verstehe ich nicht. Na gut, versuch was wert. Aber das ist was zu viel Launch, ist zwar klar. Oh, fuck. Hab meine Maus nicht richtig rüberbekommen. Ah, es war schlecht. Als Team. Oh, shit. Was? Die Shotgun hat wie viel Damage gemacht? Aber ich bleib bei der Sense. Die Sense ist nice. Ich mag die Sense. Oh, shit. Darf ich das? Okay, gerade im Trade-Wid nur noch mit 0 Power-Level. Das finde ich ein bisschen frech. Ah, ist auch hier drin. Wieder raus. Nice. Mit fragiler Fokussierung. War gut, war gut. Freut mich. Der ist drin. Let's go. Noch einer. Was? Wo hab ich hingeschossen angeblich? Ey. Oh. Na gut. Da ist das Handy doch ein kleines Problem dann. Der wird so gewumms. Das Team. Der ist One-Shot. Bin mir nicht sicher. Ob ich hier sein möchte? Eigentlich nicht. Oh. Drei Minuten. Oh, nein. Ich war doch fast weg. Verdammt. Der ist irgendwo inweser drin. Hello, Daddy. Shotgun zu langsam in der Hand. Ah. Da ist ein Well. Warte mal. Sehr gut. Vielleicht, vielleicht gehe ich da nicht hin. Ich weiß nicht, ob es unser Well war, den Gegner. Ich glaube, im Gegner, ne? Das war's. Ich luche schon mal kurz hin. Nur einen kleinen Blick. Oh, Gott. Es ist unser Well. Nein. Es reicht nicht. Aber Jane, let's go. Ich habe drei mitgenommen. Woo. Und der Finn noch assistiert. Let's go. Woo. Woo. Es hat nicht gereicht. Let's go. Nicht nachgeladen. Nicht nachgeladen. Nicht nachgeladen. Woosch war zu langsam. Ah. Dieser Cooldown bei Woosch. Na gut. Hat im Rutschen theoretisch auch auf der Schnelle. Kommt mir zumindest so vor. Oh. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn echt nicht gesehen. Gehe ich da einfach rein wie ein Bekloppte? Oh, mein Gott. Ich wollte auch gerade losrennen. Ah. Time-Luck. Warte mal, ich habe noch eine Ult. Was geht, meine Freunde? Da gehe ich nicht hin. Hör auf. Match ist vorbei. Nein. Ach, Mann. Das ist so unbefriedigender Tod. Verdammt. 39 Defeats, 1-7er. Ich bin sehr oft gestorben. Aber ich bin auch anders krass reingerannt. Das war schon ein geiles Match. Das war schon ein nice Match. 8k Damage. Ich habe auf kein Ult geschossen oder auf ein Schild. Ich bin gut reingefahren, würde ich sagen. Auch wenn es nur ein 1-7er war. Deswegen. Vernichte deine Gegner, bevor sie dich vernichten. So, mal gucken. Klein genug ist sie. Wenn direkt durchsetzt, heißt es mir, bin ich tecken. Okay. Melee, please. Okay, ich habe beide. Weil das so einen Millimeter vom Leben hat, habe ich jetzt keinen Knockout bekommen, oder? Special, special, special. Nämlich. Ich mag WUSH. Okay, ich mag WUSH nicht, aber ich mag es leiden und nachladen, ja? Jetzt darfst du dich nicht rutschen und ich weiß nicht warum, aber egal. Ich habe ihn. Eine Arberless. Oh, fuck. Oh, das ist eine Shootthrough. Zu spät gesehen. Da meinte ich mir, krass. Nicht hochklettern. WUSH triggert immer noch nicht. Habe ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so daneben geschossen, aber Hitbox sagt, hey, hier, nimm den Kill. Jetzt sind wir wieder bei dem Teil des Videos, wo ich nur noch trade. Das war so schlecht. Warum killt er mich nicht einfach? Hä? Drif doch. Stimmt. Na, ich sollte mal einen Knockout ausprobieren eigentlich. Oder wie auch immer das heißt, wenn ich renne und obi habe. Nicht Knockout. Fuck. Wie heißt der Aspekt? Fuck. Wie heißt denn das Obi? Fällt es echt nicht ein. Oh, fuck. Fuck. Warum finde ich immer zwölf? Fuck. Oh, noch mehr. Alles gut. Es war noch ein Gegner. Ich habe es mein Teammate. Warum habe ich kein Radar-Wing gehabt? Oder waren die ineinander gestanden am Anfang? Ach, wo schlagt mir doch die Waffe nach? Let's go. Ich habe so Bock. Aber ich kann mal keinen Rahmen bei einer Arcus-Ding. Oh Gott. Alles gut. Ich habe den weg. Ich sehe den. Weil der lebt noch. Come on, Flo. Wir holen die uns. Noch fünf Minuten. Aber löch sie mir. Nein! Wo ging meine Schurz hin? Nice floor. Ich bin ja voll down. Rutsch doch, du Kack-Ding! Ah! Mad. Ich will nicht mehr trainen. Please. Das war deine Idee. Okay. Wait. Ist wieder oben jetzt. Okay. Ich hinterfrage es nicht. Ich verstehe die Idee nicht. Ich werde die Idee auch nie verstehen. Weil die rechts hinten. Oder? Ne. Kommt jetzt vor. Alles gut. Sorry für den Chain. Gott, das war nicht gut. Ich habe einen Nade da reinbekommen. Wer hat den Ball gestellt? Null. Die Nade ist nur ein bisschen OP. Okay. Noch eine. Nein! Warum reicht das nicht? Ah! Shotgun, please! Du warst mal OP. Ich wollte gerade sagen, wie ich habe den nicht. Ich dachte, er hat echt überlebt. Ich habe echt gedacht, die wollen... Wir könnten den Team. Okay, habt ihr schon damit. Die schaut gar nicht scheiße, Alter. Man... Ich konnte wieder nicht rutschen. Oh, nicht mehr mal einen mit der Handcann. Zwei mit der Handcann. Und beide laut. Das war ein fairer Fight. Zu lange gewartet. Oh, ich lebe. Ich lebe nicht. Alles gut. Warte draußen. Jetzt gehe ich rein. Vielleicht noch mal in den Ulten. Das Gute ist, ich kann nicht von der Map fahren. Ich wollte dran vorbei. No! Ich hätte mir beide gewünscht. Schade. Das war ein komplett weirdes Match. Das war so ein weirdes Match. Es war gut, dann Leerlauf, dann gut, dann weird, dann gut. Aber ich habe 37 Defeats gemacht. Das war so ein weirdes Game. Ich bin mir unschlüssig. Die Shotgun ist gut, aber versagt dann doch manchmal auf ziemliche Close Range, muss ich leider sagen. Aber an sich ist sie gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.